Hallo Freunde, willkommen in der nächsten Mission. Bei der letzten bin ich zweimal abgekackt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit. Und ja, ich übergebe nach zur Brigitte, die uns mit dem nächsten Fall vertraut macht. BCC an 10 David. Bereithalten, um Informationen über Festnahmeunterstützung aufzunehmen. 10 David, ich höre. 10 David, Einsatzort ist der Phoenix Club 11567 Westpico Boulevard, Straße 882. Laut Polizeihauptquartier sollen sich dort vier bewaffnete, verdächtige Personen aufhalten, die alle wegen 187 gesucht werden. Code 2, Sie treffen 1K10 bei der EZ, Ecke Pico und Barrington. 10 David, verstanden. Wir greifen von Metro aus ein. Geschätzte Ankunft in 10 bis 15 Minuten. Okay, heute unterstützen wir die Drogenabteilung bei der Suche und Festnahme von Personen im Zusammenhang mit der illegalen Verteilung einer verbotenen Substanz. Aber dieser Haftbefehl enthält noch mehr. Die verdächtigen Personen, die das Rauschgift vertreiben, sind dieselben Leute, die hinter dem Formenüberfall und der Kirchenbesetzung stecken. Es handelt sich um eine international tätige Gruppe von Söldnerterroristen mit Namen Malta, deren hiesige Sektion von einem Mann namens Rick Dog Peters geführt wird. Anscheinend handelt es sich um Peters Freundin, die wegen des Rauschgifts hochgenommen wurde. Sie hat Kinder und wollte deshalb ein Geschäft mit den Behörden aushandeln. In diesem Zusammenhang hat sie der Drogenfahndung von Malta und Peters sowie seiner Beteiligung an den St. Dimitri und Formenfällen erzählt. Sie erklärte, die 50 Millionen Lösegeld, die bei der Formensache gefordert worden sind, seien gebraucht worden, um die Kofferbombe zu bezahlen, von der wir gehört haben. Als dieses Unternehmen fehlschlug, hat Peters einen Plan ausgearbeitet, um seine Heiligkeit zu entführen und ihn als Tauschmittel für den Koffer einzusetzen. Peters Freundin berichtete außerdem, dass er selbst nur im Auftrag einer anderen Interessengruppe arbeitet, die in den Besitz der Atombombe kommen möchte. Sie deutete an, dass es ein heißes Wettbieten gibt und dass der Mann hinter Peters ein hochrangiger VIP sei, jemand aus dem Umkreis unserer Streitkräfte. Unser Zielort ist heute der West-LA-Nachtclub Phoenix Lounge, dessen Besitzer Rick Peters ist. Bei der Durchführung der Festnahme sollten Sie unbedingt darauf achten, dass keine Beweismittel zerstört werden. Wir wollen, dass diese Verhaftung hieb- und stichfest ist. Es gibt zwei Zugänge zum Phoenix, einen vorne und einen hinten. Treffen Sie Ihre Wahl anhand der vorgegebenen Pläne. Entscheiden Sie, wie Sie vorgehen wollen und welche Ausrüstung benötigt wird. Und dann lassen Sie uns die Festnahme durchführen. Ja, lasst uns die Festnahme durchführen. An alle Einheiten, Vorsicht im Gebiet 11567 West Pico Boulevard. Es läuft ein SWOT-Einsatz zur Unterstützung einer Festnahme im Zusammenhang mit einem Mord bei dieser Adresse. Ja, Freunde, auf geht's. Als Team! Hört, ich mach uns im Eindring. Als Team ist auf Position. Aufbrechen, blenden und sichern. Los, wenn ihr bereit seid. Ich sichere mit CS-Gas. Aber wir müssen warten. Kommt, alle rein. Durchgang rechten! Durchgang rechten! Team bestätigt. Alles sauber. Ja, geh doch mal da rein! Polizei! Auf den Boden! Wir haben einen Durchsuchungsbefehl! Genau. Doktor, Ihr Eindring-Team. Wir wählen Personen in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Nachhutschick. Verstanden. Nachhutschick. Schließt auf. Vorsicht im Vorbezug. Genau! Verdächtige Person unschädlich gemacht. Drecksfuhr. Ich verknall es mir. Vorbereiten zum Durchbrechen und sichern. Los, wenn ihr bereit seid. Zock, Ihr Eindring-Team. Durchgang rechten. Alles sauber. Rot. In Bewegung bleiben. Vorrücken und sichern. Auf. Bewegung, los. Bewegung, los. Ihr Team Rot. Alles sauber. Los. Äh, lustig. Wie hängt der denn hier? Zock, Ihr Eindring-Team. Okay, der ist hinüber. Alles sauber bei Blau. Rot. Vorbereiten zum Durchbrechen und sichern. CS einsetzen und sichern. Zock, Ihr Eindring-Team. Quatsch. Blau, nachrücken. Los geht's. Verstanden. Blau bereit zum Vorrücken. Bewegung. Waffe fallen lassen. Runter auf den Boden. Nimm die Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Rauskommen mit der oben in den Händen. Los, sofort. Wir wissen, dass du da drin bist. Verdächtige Person. Rauskommen mit der oben in den Händen. Los. Hat einen Durchgang links. Rot. In Bewegung bleiben. CS einsetzen und sichern. Blau, Deckung geben. Hier ist alles sauber. Zock, Ihr Eindring-Team. Ja, okay. Blau, nachrücken. Los geht's. Verstanden. Blau bereit zum Vorrücken. Ja, wir müssen hier unter anderem auch alle Waffen sicherstellen. Rot. Ihr Team Rot. Hat einen Durchgang direkt. Zock, Ihr Eindring-Team. Der ist auch hinüber. Blau. Vorbereiten zum Durchbrechen und sichern. CS einsetzen und sichern. So, hier hätten wir auch reinkommen können. Ähm, da oben ist noch das DJ-Pult. Rot, aufpassen. Deckung geben. So, jetzt müssen wir hier nur noch die ganzen Waffen sammeln. Rot. Vorbereiten zum Durchbrechen und sichern. Alles blau dabei. Blau. So, hier ist auch alles safe. Ähm, Moment, jetzt flieh ich da mal rein. Bewegung. Ihr habt ja schon überall. Blau. Nachrücken. Los geht's. Verstanden. Blau bereit zum Vorrücken. Alles sauber. Rot sammeln. Also los. Gut, dann habe ich jetzt irgendwo... Arrrr, lass mich raus. Eine Waffe übersehen. Da liegt sie. Zack. Das müsste es jetzt gewesen sein. Ja. Leichter, als es aussieht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Zu früh gefreut. Da liegt noch einer. Ich hab sie. Ich hab sie. Hier, Blau. Wir sind direkt hinter euch. Tja, Freunde. Erledigt. Rot rückt auf. Ja. Immer noch nicht. Er hat doch vorbüpscht. Wo hab ich jetzt hier ne Waffe übersehen? Da liegt keiner. Da liegt keiner. Auf den Tischen liegt keiner. Ach, ich glaub ich weiß wo. Hier, Blau. Wir sind direkt hinter euch. Hinten durch. Da war ich nämlich noch nicht. Da war nämlich nur das Team Blau. Ach ne, hier war sie. Rot rückt auf. Jetzt haben wir's. Haben wir's? Immer noch nicht. Menno. Oh. Da. Ach, auf dem Bett. Drecks. Blau im Schlepptau. Das ist mal ein Badezimmer, wa? Da ist die Dusche. Ten David an Eindringteam. Ihre Mission ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Fahren Sie zurück zum TOG. TOG verstanden. Mission abgeschlossen. Code 4. Waffen sichern und umhängen, Jungs. Wir können ja abhauen. Ach ja. Wieder keine Medaille. Och, Freunde. Och, Führungsjahr 63. Was ist denn los? Ach, schade. Naja, okay, Freunde. Nichtsdestotrotz. Ach, wieder eine Mission geschafft. Und, ähm, ja, wenn das so weitergeht, werde ich das Spiel vielleicht heute oder morgen schon durchspielen. Also, freut euch auf die nächste Mission. Bis dahin. NRW über 18. Adjöö. Bis dahin.